Hallo, liebe Deutschlerner! Macht euch bereit für eine neue Videoserie über meine Kernprinzipien, wie sie mich leiten und wie sie dir auch helfen können. Viel Spaß! Oh mein Gott, das ist so toll! Das ist so geil! Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ich habe in letzter Zeit bemerkt, dass ich manche Dinge nicht so gut kommuniziert habe. Außerdem möchte ich wieder mehr mit euch über persönliche Entwicklung sprechen. Ich weiß auch, dass ihr viele Fragen über mich habt und möchte euch gerne einen Blick hinter die Kulissen geben. Deswegen werde ich in den nächsten Videos über sehr spannende Themen sprechen. Unter anderem darüber, wie ich meinen Traum lebe und wie du auch deinen Traum leben kannst. Wie du dich von Erwartungen befreist, die dich nur frustrieren, was meine Mission ist, meine Unternehmensstrategie und wie diese Strategie dir helfen kann, alles zu bekommen, was du haben möchtest und wie du deine Kreativität förderst und für dich einstehst. Ich nenne es die Kernprinzipien-Serie, weil ich in diesen Videos vor allem über meine Kernprinzipien spreche. Nicht nur, weil ich auch über ein paar andere wichtige Dinge spreche, aber vor allem über die Prinzipien, die mich in meinem Leben leiten und die dir auch helfen können. Da diese Konzepte für mich so wichtig sind und manchmal ein bisschen schwer zu artikulieren sind, werde ich viel ablesen. Mit der Zeit werde ich aber hoffentlich ein bisschen Übung darin bekommen, meine Gefühle auch beim Lesen authentisch auszudrücken. Viel Spaß und bis bald! Tschüss! Tschüss! Tschüss!